So, das Monster ist tot. Wir haben es besiegt. Jetzt müssen wir es erstmal looten. Wir kriegen eine Erdessenz daraus. Diese Essenz kann man nur von einem mächtigen, steinernden Wesen erhalten. Aha, aha. Handwerksmaterial. 25 Gold. Oder 25, ja, 25 Münzen. Ella. Ich wusste, dass es eine Scheißidee ist, tiefer reinzugehen. Bitte finde einen Weg. Ja, wir finden einen Weg. Bring uns hier raus, wir sind hinter dir. Alles klar, wir gehen weiter. Ich denke, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Wir hätten auch noch die anderen Gegner, hätten wir aber auch besiegen können. Vielleicht sollten wir nochmal kurz zurückgehen. Lasst uns mal gucken. Jetzt sind wir zu dritt, die kämpfen ja mit. In einer gewissen Art und Weise. Also, besser können wir schon eigentlich die Chance nutzen, die Gunst der Stunde quasi. Warte mal. Wir kommen von hier unten, um uns hier ein bisschen umzuschauen. Da haben wir zum Beispiel hier so ein hessisches Vieh. Zack. Erfahrung. Wir nehmen die Fackel wieder mit. Hier haben wir nichts. So, hier in der Mitte war... Hier unten, guck mal. Wiedererfahrung. Pilze noch eingesammelt. Ich glaube, hier stürzt was ein. Das sieht so aus, als... Weiß ich nicht. Ich trau der Sache nicht. Hier sind wir, glaube ich... Hier kamen wir her, ne? Genau. Hier sind wir zu dem großen Monster gerannt. Aber hier unten haben wir ja auch noch was gehabt. Hier rechts sind wir nämlich nicht lang gelaufen, wenn wir da Gegner hier gesehen haben. Oh, die haben uns aber jetzt ein bisschen was reingezwiebelt hier. Erstmal lieber mal noch einen Pilz. Ja, ihr wollt raus, ich weiß. Wir gucken mal, hier unten haben wir noch hier irgendwas. Lass uns mal nach Süden noch laufen. Einmal alles abchecken. Ich meine, das große Monster haben wir besiegt. Ich glaube, das war auch so... Der Hauptgegner, ja? Och. Das wollen Starts zweimal treffen lassen, ist doof. Hier liegt noch eine Leiche. Eine Leiche auf dem Boden. Sie sieht ziemlich verwesst aus, als würde sie schon eine ganze Weile lang hier liegen. Das... Das ist doch... Anselm. Bevor ich Ella mit in die Tiefe genommen habe, waren Anselm und Alma dabei. Du hast mir nie davon erzählt. Wenn ich das gewusst hätte... Was ist passiert? Anselm hat sich eingeschissen, als wir von ein paar Monstern in der Nähe des Eingangs der tiefen Mine überrascht worden sind. Hatte die Situation unter Kontrolle, aber er hat geschrien und ist panisch tiefer in die Mine gerannt. Hat sich wohl verlaufen. Seitdem haben wir ihn nie wieder gesehen. Bis jetzt. Findest du nicht, dass wir uns in Sicherheit bringen sollten, statt hier rumzulabern? Wir könnten genauso enden. Beruhig dich, du Angsthase. Aber sie hat recht. Wir sollten weitergehen. Bring uns hier raus. Okay. Anselm. Da haben wir Anselm gefunden. Hat aber tatsächlich ja keinen Impact, außer dass vielleicht Ella nie wieder mit hier reinkommt. Hier links haben wir jetzt alles geschaut. Da unten haben wir alles geschaut. Ich glaube, wir können jetzt oben weitergehen. Wäre natürlich auch direkt interessant gewesen, am Anfang schon da hinzurennen. Aber so haben wir jetzt das große Monster schon besiegt. Jetzt können wir nur noch hier oben lang. Und ich glaube, dann sind wir auch bestimmt schon wieder raus. Ich glaube, wenn das jetzt noch großartig was kommt. Wir können hier noch ein bisschen Silber abbauen. Wenn wir eh schon hier sind, können wir das auch gerade machen, oder? Ein bisschen was mitnehmen. Zack. Das Gestein hier wirkt instabil. Ist da nicht auch ein Luftzug? Vielleicht können wir die Steine lockern. Die hier. Oh ja. Jendra mit einem Schlag baut alles auseinander. Wir gucken uns aber vorher mal nach oben. Sind wir jetzt schon rund? Also sind wir schon durch? Kommt hier nichts mehr? Oh, hier ist noch ein Beutelchen. Gebratenes Fleisch, Rostmoos, Silbererz. Super. Wer weiß, ob wir hier nochmal hinkommen. Deswegen sollten wir uns erstmal umschauen und alles einsammeln, was wir hier so haben. Ah, ich glaube, hier stand die Dings, ne? Hier war doch die, ähm... Ach, die Tante mit dem Hörschutz. Geschafft! Endlich! Du hast uns gerettet! Ohne dich wäre das schiefgegangen. Ich will nie wieder dorthin. Jendra, sie hat überlebt. Dir ist nichts passiert. Dank sei den Göttlichen. Wie geht es dir? Oh, der Levin. Gut genug. Was ist passiert? Wir haben überlebt. Nur das zählt. Ich habe was von einem Stein abbekommen und konnte nicht mehr führen. Ohne Schau hätten wir es nicht geschafft. Wir haben so noch einen Zugang zur tiefen Mine gefunden. Vielleicht mit noch mehr Silber. Den hätten wir auch anders finden können. Du musst dich jetzt ausruhen. Schau, gut gemacht. Wir können Leute gebrauchen, die wissen, was nötig ist, wenn es brenzlig wird. Melde dich bei Kilian im Ruinenlager. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe und sag, dass du jetzt das obere Viertel betreten darfst. Jendra, wir kümmern uns um deine Wunden. Ja, hervorragend. Entkommen aus den tiefen Minen des Ruinenlagers. Jetzt sind wir fertig mit der Ruine. Oder der Mine. Jetzt gehen wir zurück ins Ruinenlager. Können noch ein bisschen mit Jendra und so reden vielleicht. Aber lassen wir mit Jevin noch einmal talken. Jendra hat mir alles erzählt. Gute Arbeit. Meld dich bei Kilian, wenn du dich dem Ruinenlager anschließen willst. Wir sehen uns. Alles klar. Können wir das hier mitnehmen oder wird das rot? Ja, ja. Klauen wollen wir ja nicht. Also jetzt nicht im letzten Moment noch irgendwas mitnehmen, was uns nicht gehört. Und dann noch hier Ärger bekommen. Das wäre nicht so gut. Aber wir können jetzt auch immer... Ah, nee, können wir nicht mehr. Guck mal hier, Alma. Mit ihm reden wir aber noch wegen dem anderen Kollegen da. Amsel. Asmel. Asmel. Am... Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Hey, zum Glück ist dir nichts passiert. Ich hätte mir die Schuld gegeben, weil du meinen Platz bekommen hast. Okay, der will gar nicht. Interessiert ihn gar nicht. Ich glaube, der Kollege wurde schon vergessen. Der gehört schon zu den Vergessenen. Okay, dann let's go. Wir gehen ins Ruinenlager zurück. Denn wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wie ihr wisst. Jetzt haben wir das Steinmonster besiegt. Und, ähm... Und, ähm... Achso. Hey, du. Du willst raus? Ja, genau. Gut. Dann rück die Hälfte von deinem Silber raus. Ja, dann nimm. Das sieht gut aus. Du kannst durch. 54 Silber haben wir abgedrückt. Shit. Aber gut. So ist der Deal. So, das... Und ein Steinmonster, dem sind wir ja schon mal begegnet. Ihr erinnert euch. Und in dem Keller von dem Kollegen, von, ähm... Im Ruinenlager, dem Typ. Verschwinde von hier. Ja, wir gehen ja schon. Hast hier nichts zu suchen. Ja, wir wissen immer noch nicht. Haben wir schon geklärt. Er erzählt uns nichts. Mottik. Was willst du? Danke fürs Herbringen. Nichts zu danken. Hier könnten wir uns jetzt noch einmal ausruhen. Könnten auch hier die Dinger noch blündern, ne? Es ist ja eigentlich keiner da, der es... Der uns verurteilen kann, oder? Lass uns mal noch ein bisschen Silbererz hier mitnehmen. Bier und Wein und Bier und Wein und Silber und Rostmoos und Silber. Ich glaube, da ist ja keiner da, ne? Wo kein... Wo kein Richter, da kein Henker. Können wir auch theoretisch jetzt noch hier rein. Ah, das ist zu kompliziert. Schade. Das müssen wir erst lernen. Ich glaube, wir hatten doch mal hier das Talent, ne? Hier, komplizierte Schlösser knacken. Da müssen wir noch jemanden finden, der uns das beibringt. Machen wir uns mal auf den Weg. Achso, warte mal. Haben wir jetzt eigentlich das Schwert? Ja, tatsächlich. Jentras Schwert. Ähm... Behalten wir das jetzt? Das hätten wir eigentlich zurückgeben können, ne? Egal, jetzt haben wir es. Ich habe ja keine Lust mehr zurückzurennen den ganzen Weg. Was ist? Ich muss weiter. Okay, wo sind wir? Wir sind hier oben. Lass uns mal noch hier rechts ein bisschen umgucken. Einfach nur mal checken, was wir hier noch so... Was wir hier noch so sehen können. Ein bisschen die Landschaft erkunden. Irgendwas gibt es ja hier bestimmt noch. Es gibt immer irgendwas irgendwo. Ein paar Bären. Bärli. Ui! Alter, wer bist du denn? Was sind das? Achso, das sind... Ah, die kennen wir, ja, ja. Stimmt, ich erinnere mich. Das sind die, ähm... Genau. Die machen uns keinen Stress. Komischen... E-Shotter. Die halten auch nix aus, Gott sei Dank. Beziehungsweise... Mit Yendras Schwert ist das hier halt gar kein Problem. Ich glaube, mit einer anderen Waffe hätten wir da schon ein bisschen Stress bekommen. Guck mal, die macht ja 19 Schaden im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten. Das waren... Ja, 14. Naja, gut. Aber dafür ist sie viel schneller im Angriff. Okay, die haben wir alle erledigt. Ja, hier gibt sie. Irgendwas muss es ja hier geben. Boah. Ich glaube, das war ein kritischer Treffer. Ja, ich komme ja schon. Wir haben auch wieder ein Level ab. Wir haben jetzt noch 10 Punkte, die wir vergeben können. Das heißt, da kommen wir dann auf die 35. Wir knallen die hier komplett in Stärke, Geschick und Geist. Und dann haben wir... ...die Waffe, die wir als nächstes ausrüsten. Das wäre halt jetzt total unnötig gewesen, ne? Die zu kaufen. Die war viel zu teuer. Aber gut, wir haben es halt schon gekauft. Deswegen ist es jetzt egal. Ach, guck mal. Hier unten ist da noch was. Das hier, das scheint doch eine Höhle zu sein. Bronze. Ah, Bronze-Kurzschwert. Auch geil, ne? Hier bauen wir noch ein bisschen was ab. Hätten wir Jentras Schwert eigentlich gar nicht gebraucht. Also wir hätten schon viel früher... Oh ja. Ei, 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 ei. Ei, ich bin gerade ausge... Achso, ich habe keine Aussage. Das müssen wir natürlich im Auge behalten. Immer. Ja, aber es sieht im Moment gar nicht schlecht aus. Immer noch ein bisschen Fleisch essen. Damit wir hier oben automatisch heilen. Pilz können wir noch essen, damit wir schneller heilen. Wer weiß, was uns hier immer noch begegnet in der Höhle. Da geht's weiter. Hier auch? Ne. Lieber mal wieder die Waffe in die Hand nehmen. Ui, da ist wieder einer. Ach, die greifen immer zweimal an, ne? Ja, da müssen wir uns eigentlich jetzt nochmal gegenheilen. Haben wir noch Heilsalbe? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hier haben wir doch noch ein Heilsalbe. Rein damit. Quellblüten. Was ist das? Basaltwurzel. Guck mal, hier sehen wir uns selber im Wasser. Irgendwas muss es doch noch hier geben. Das kann doch nicht. Jetzt wegen diesem... Es scheint aber wirklich alles gewesen zu sein in der Höhle. Ja. Sieht so aus. Gut. Wir haben aber auch ein Schwert hier gefunden, ne? Also wenn wir, wenn wir Jentras Schwert nicht bekommen, ach guck mal, Jentras Schwert ist sogar schlechter als das hier. Und das braucht 28, das heißt drei Punkte und dann hätten wir das schon benutzen können. Das ist natürlich geil. Gut, die werden wir alle verkaufen, weil wir brauchen die nicht mehr. Dann haben wir da wieder ein bisschen Münzen übrig. Da unten, da wollen wir auch noch hin. In dem... Ich glaube hier sind so ein Lager von denen. Können wir mal gucken, was die so... ...in ihrem Lager da haben. Hallo. Oh, Alter, da ist ein Großer. Das ist der Chef. Oh. Oh ja, der hält ein bisschen mehr... Ai, scheiße. Der hält ein bisschen mehr aus, Leute. Wir dürfen uns nur davon nicht treffen lassen. Der Rest ist eigentlich egal. Ne, davon brauchen wir. Davon dürfen wir uns nicht treffen lassen. Nein, nein, nein. Nein. Ach, das war doof, ey. Okay, wir haben aber hier schon gespeichert. Das heißt, da brauchen wir nicht mehr viel zu machen. Müssen wir unten die beiden nochmal... ...aufs Kreuz legen. Trotzdem schade. Doof halt, ne? Der ist... Ich wusste nicht, dass die so stark sind. Ah, das war irgendwie klar. Dann haben wir wieder alles. Und weiter geht's. Ja, dann würde ich das Lager jetzt erstmal nicht betreten. Wir müssen uns mal Tinte kaufen. Damit wir... ...so Fundorte hier... ...so kleine Ortschaften wie das hier, ne? Irgendwas gibt's ja hier. Da gibt's auch... ...gibt's auch hier so eine Blume. Hier liegt noch... ...bisschen Material, bisschen Loot. Ja. Aber dafür sind wir im Moment, glaube ich, zu schwach. Ich würde das im Moment mal nicht probieren. Vielleicht wollen wir eine andere Rüstung haben oder sowas. Weil da merkt man ja schon, dass das ein bisschen besser geworden ist, seitdem. So, sonst haben wir hier... Hier geht's auch noch weiter? Ne. Hier geht's aber noch weiter. Und hier oben rechts können wir auch noch hin. Lass uns mal gucken, was da noch so ist. Gehen wir hier noch rechts, glaube ich, ne? Ne. Hier gehen wir noch rechts. Ich würde ja gerne wieder so eine Schatzkarte finden, wie am Anfang. Das war auch eine coole Sache. Immer wieder halt... Oh, was ist das? Die rote Markierung auf dem Stein könnte eine Warnung sein. Soi! Jetzt bin ich da schocken, ey. Bisschen schreckhaft unterwegs hier. Aber warum lauern die mitten hier einfach im Nichts? Hier ist doch gar... Ah, da unten ist nochmal eine Höhle. Ah, guck an. Da kommen wir auch hin. So, Höhlenforscher... Finde ich eigentlich schon ganz witzig. Okay, wir haben hier ein größeres Vorkommen. Bisschen Eisenerz. Erzieherter Schild. Auch eine coole Sache. Äh? Die Kiste geht nicht kaputt. Okay. So, wir können aber noch ein paar... Ähm... Ein bisschen Fleisch herstellen. Das würde ich jetzt mal gerade noch machen. Damit wir das einfach... Immer mal dabei haben. Heilsalbe. Machen wir auch noch gerade zwei Stück. So. Und hierfür brauchen wir eine Werkbank und einen Ofen. Dann weiter. Werkbank hatten wir auch schon einmal gesehen. Da hätten wir eigentlich direkt das Leder herstellen können. Ui! Das Ganze... Oh, da ist schon wieder so ein dicker. Ja, hör auf dich zu beschweren. Vielleicht probieren wir aber diesen einen mal. Aber vorher würde ich glaube ich speichern. Also ich stelle mich mal kurz hier hin und speichere mal. Bevor wir da... Jetzt... Ich würde es halt noch gerne noch... Einmal noch mal challengen. Es kann ja kein Hexenwerk sein, den zu killen da. Ähm... Die Heilsalbe machen wir noch da hin. Let's go. Okay. Ich bin bereit. Ah, warte mal. Ähm... Wir haben ja einen verzierten Schild noch gefunden. Da können wir vielleicht noch ein bisschen was abwehren. Ja, ja. Lass mal probieren so. So würde ich es gerne mal probieren. Da abgewehrt. Oh ja, der hat aber reingehauen. Das müssen wir... Hier müssen wir ausweichen. Hört das irgendwann mal nochmal auf? Oh ja, gut. Bisschen kiten. Also Schaden machen wir genug. Auf jeden Fall. Komm her, du Hansel. Alter, die sind eigentlich... Also... Eigentlich gar kein Problem. Nur wir dürfen uns halt hier von der Treppe lassen. Eben hatten wir nicht so viel Platz zum Kämpfen. Oh, was kommt noch nicht bei einer? Ey! Der sieht ein bisschen übler aus. Alter! Alter! What? Gut, dass wir gespeichert haben. Der hat uns einen Arsch aufgerissen, der Typ. Deswegen auch wahrscheinlich da der Stein. Okay, wir gucken uns dann noch ein bisschen weiter hier rechts um. Hier haben wir nämlich noch die... Was bist du denn für einer? Du willst bestimmt auch kämpfen. Ich glaube, wir haben hier nichts, was uns irgendwie... Ja, ja. Alter! Wieso ist denn der so schnell? Oh! Aua! Das macht keinen Schaden. Absolut nichts. Und der Unshot uns. Alles klar. Okay, das ist nicht unser Bereich, in dem wir uns bewegen sollten. Ich glaube, dafür sind wir noch zu schwach. Lass uns mal zurück in die Base gehen. In das obere Viertel und noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, ein bisschen Kampfkraft aufbauen. Oh ja. Okay. Aber dann wissen wir jetzt mal so ein bisschen auch, was uns erwartet. Finde ich eigentlich ganz interessant. Also die Gegner hier, die waren ja schon eine Hausnummer. Ah, ihr schon wieder. Ihr haltet uns aber diesmal nicht auf. Oder mich, eher gesagt. Ich bin alleine unterwegs diesmal. Könnten denen aber auch so ein bisschen den Arsch aufreißen. Oh, da ist noch ein Beutel. Ähm. Kommen wir da von da hin? Kann das sein? Ja, hier. Hier kämen wir mal, glaube ich, lang. Ah, den lassen wir jetzt mal liegen. Ich glaube, in dem Beutel, da würde auch nicht so viel drin sein. Was wir jetzt unbedingt mitnehmen müssen. Wahrscheinlich ein bisschen Silber und ein paar Münzen. Nicht der Rede wert. Oh, den können wir aber gerade noch mitnehmen hier. Zehn Erfahrungspunkte. Haben und nicht haben, ne? Aber auch ein bisschen Leder halt. Oder Lederfetzen. Ganz gut. So. Weiter geht's. Ja, am Norden ist die Mine. Im Süden das Ruidenlager. Und rechts sind diese komischen Sprigger. Sprigger. Spriggens. Heißen die so? Oder habe ich das gerade nur im Kopf von... Irgendeinem anderen Spiel oder Film? Sprigger ans. Ne, ich glaube, die heißen hier so, gell? Oh, guck mal. Da liegt ein Speer. Den nehmen wir mit. Hier sind ja keine Gegner. Was ist das? Also, da können wir hinsetzen. Ein alter Speer. Was ist das hier noch? Ein Silberkelch? Okay. Ah, hier waren wir tatsächlich ja sogar schon. Sind wir aber nur außenrum gerannt, wie es aussieht. Wo ging es hier noch? Ach so, ah, ja, ja, ja. Hier hatten wir doch. Stimmt, hier kamen wir... Ne. Das war jetzt was anderes. Ach, hier geht's. Guck mal, hier ist noch was. Wo führt es uns denn hier hin? Das haben wir noch nicht entdeckt. Hier waren wir noch nicht. Warte mal, was gab... Ah, hier Blut. Hier ist viel Blut am Stein. Ja, das hätte ich auch ohne die Diagnose da... Gesehen, hier ist irgendwas... Ist hier abgegangen. Oh, da liegt jemand. Die Haut der Person ist sonnengebräunt. Am linken Ohr trägt sie einen Ohrring. Und die blonden Haare sind blutverschmiert. Ähm... Ja, lass mal den Kopf untersuchen. Du entdeckst eine Kopfhunde. Dort ist viel Blut ausgetreten. Das nun das Haar verklebt. Diese Verletzung hat offensichtlich zum Tod geführt. Versuchen ihn zu identifizieren. Dir kommt die Person bekannt vor? Der Händler Aldo im Ruidenlager. Die Gesichtszüge, die Augen... Das muss er sein. Alles klar. Wir wissen Bescheid. Körper genauer untersuchen. Du schaust dir die Leiche genau an und hältst dabei die Luft an. Am plassen Arm ist eine lange Narbe. Älter und gut verheilt. Taschen des Toten untersuchen. Das nehmen wir mal alles mit. Ich glaube, das braucht er nicht mehr. Okay. Jetzt können wir den unechten Aldo... ...können wir jetzt zur Rede stellen. Cool. Was ein Zufall. Und hier kommt man tatsächlich ja gar nicht durch. Deswegen... Ja, finde ich spannend und cool gemacht. Muss man sagen. Also wer war das? Wer hat denn... Jetzt gucken wir aber noch kurz mal hier noch weiter. Wer hat das... Das müssen wir noch lösen, das Rätsel, ne? So ein bisschen unsere Detektiv-Arbeit hier gefragt. Wer hat Aldo auf dem Gewissen? Hier nehmen wir noch die Eier mit. Können wir das? Oh ja. Aldos Ring. Oh wait, what? Warum liegt denn der... ...der Ring von Aldo hier? Stärke plus 3. Können wir sogar ausrüsten. Eigentlich ganz cool. Ich sag's euch. Wenn wir... ...entsprechend die Ausrüstung finden... ...können wir glaube ich hier noch super stark werden. Also vor allen Dingen bei den Gegnern, die wir jetzt schon gesehen haben... ...finde ich es total spannend, was aus uns noch werden kann. Hätte ich gar nicht so erwartet. Weil wir aktuell noch halt... ...relativ schwach sind, ne? Finde ich cool. Da freu ich mich drauf. Vor allen Dingen auch hier, guck mal, ne? Wir sterben, die Leichen bleiben liegen und so. Ist alles... ...sehr, sehr cool gemacht. Vielleicht bleiben wir doch in Drohba und gucken nicht, dass wir hier wegkommen, sondern... ...müssen wir auch eigentlich gar nicht ins Ruinenlager, sondern eigentlich müssen wir ja zu den Tuiden. Aber wahrscheinlich ist der Weg dorthin... ...so schwierig. Das wird's erstmal hier noch ein bisschen Erfahrung sammeln. ...müssen wir auch hier noch ein bisschen... ...müssen wir auch hier noch ein bisschen...